Vishama Ekapada Urdhva Mukha Svanasana ist eine Variation der oberen Kobra, auch genannt nach oben schauender Hund. Du hast die Füße auf dem Fußrücken, du hast die Arme fast durchgestreckt, du hebst das Becken hoch und die Knie hoch und du hebst ein Bein hoch. Diese Stellung stärkt Rückenmuskeln, manche Bauchmuskeln und die Armmuskeln.